Wie werde ich Germanistik- und Philosophiestudent in unter 10 Minuten? Genau darüber wird uns Kai gleich alles erzählen und noch viel wichtiger kommt gleich zum Vorschein, was ich ja da mit dem Studium danach alles machen kann. Schaut euch auf jeden Fall auch das ausführliche Interview an, das verlinke ich euch hier oben und lasst gerne einen Like da, abonniert den Kanal, ihr wisst, ihr unterstützt mich damit und wenn ihr auch hier Gast werden möchtet, dann schreibt mir per E-Mail, die findet ihr auch in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns gleich wieder. Grüß dich, schön, dass du dir nochmal Zeit genommen hast, kurz für dieses kurze Format. Stell dich trotzdem nochmal den Zuschauern vor, die dich noch gar nicht kennen werden, wissen, bei was wir jetzt heute kurz quatschen werden. Erstmal danke, danke, dass ich nochmal hier sein darf. Ich bin der Kai und ich rede über das Studentendasein. Welche Voraussetzungen braucht man denn, um genau in dem, was du studierst, ja, Student werden zu können? Also erstmal natürlich, wenn es um technische Sachen geht, NC, aber das wollen wir wahrscheinlich eher nicht wissen. Deswegen würde ich sagen, so als Philosophie- und Germanistikstudent müsst ihr auf jeden Fall sehr viel Geduld mitbringen. Ihr müsst sehr viel lesen, sehr viel verstehen und wenn ihr gelesen habt und verstanden habt, dann müsst ihr nochmal lesen. Ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Was denn noch? Ja, natürlich, Germanistik und Philosophie-Studenten, die müssen auch sehr viel schreiben. Das heißt, Grammatik muss da auf jeden Fall on point sein und Semantik, also wie die Sachen so Sinn ergeben in den Sätzen, sollte auf jeden Fall hochgradig, hundertprozentig sitzen. Welche Aufgaben erwarten mich generell so als Student und vielleicht nochmal so im Studiumablauf, dass man da so ein bisschen reingehen kann und die Leute mitnimmt? Also am Anfang, zumindest war das bei meiner Universität jetzt so, ich weiß nicht, ob das bei anderen so ist, gibt es nochmal eine Woche für die Erstis speziell, dass man da als Erstsemesterhörer hingeht und da Sachen so vorgestellt bekommt, die Dozenten ein bisschen vorgestellt bekommen, andere Mitstudierende vorgestellt bekommt. Und danach, in der zweiten Woche geht es dann erst richtig los. Für die Kurse, die man sich halt angemeldet hat, geht man dann ganz normal hin. Und ja, die Aufgaben, die man da hat, sind halt ganz normal. Also wenn ihr in einer Vorlesung seid, müsst ihr eigentlich nur zuhören und die Folien, die müsst ihr dann einfach nur angucken und gegebenenfalls vielleicht abschreiben. Vielleicht ist der Dozent auch nett und stellt die auch in einem separaten sogenannten Moodle-Kurs dann herein. Dann könnt ihr die da auch einfach runterladen oder drucken. Dann müsst ihr eigentlich da auch nicht mehr viel machen in den Vorlesungen. Und in den Seminaren, da seid ihr dann nicht mehr in diesen großen Sälen, wo vielleicht 500 Leute drin sitzen. Dann seid ihr wie in so einem alten Klassenraum. Zu 30 Personen seid ihr da drin und besprecht Dinge intensiver. Da auch nochmal wichtig für die Aufgaben, traut euch auf jeden Fall da mitzumachen, weil das hilft sehr im Studium, auch Sachen besser zu verstehen. Und dann am Ende des jeden Semesters kommen natürlich dann die Prüfungen und das sind Klausuren, die man noch von der Schule kennt. Und Hausarbeiten, da müsst ihr dann wissenschaftlich fundiert arbeiten oder anstatt einer Hausarbeit, die jetzt vielleicht zehn oder elf Seiten geht, nur ein kleines Essay, was nur ein oder zwei Seiten geht. Aber ist auch so ein wissenschaftlicher Text schon. Oder auch mündliche Prüfungen, die gibt es auch. Wenn ich jetzt in deinem Fall das studiere, was du studierst, würde mich natürlich da draußen interessieren, was kann ich jetzt danach so ungefähr, in welche Richtung kann ich gehen, was kann ich machen? Also als Germanist kann man so in die Autorrichtung gehen oder Bibliothekar oder vielleicht auch einen Lektorberuf gehen. Für alle, die nicht wissen, was Lektor ist, das sind halt die Leute, die Romane von anderen Personen nochmal durchlesen und Korrektur lesen, vielleicht auch noch Sätze dazuschreiben, die vielleicht besser klingen und Sätze umschreiben. Aber das sind zwei verschiedene Sachen. Und als Philosophie-Student kann man später sehr interessante Sachen machen, zum Beispiel Berater. Und als Berater kommt alles in Frage. Du kannst in der Marketingbranche Berater werden, du kannst in der Politik Berater werden, weil überall werden auch zum Beispiel philosophische Fragen wie die Ethik gebraucht. Oder zum Beispiel halt wie in der Medizinethik, da werden auch viele Berater gebraucht. Kann man sich auch im Krankenhaus bewerben. Journalismus auch? Ja genau, Journalismus auch. Sehr gut. Oh warte, was man verdient. So um den Schnitt brutto so 5.500 Euro. Netto kommt immer natürlich darauf an, welcher Job so 3.000 bis 4.000 Euro durchschnittlich. Aber jetzt auch Journalismus und so? So krass verdienen die? Da habe ich mich jetzt noch nicht genau... Aber diese ethischen und Beratungsfunktionen? Okay, gut. Was aus deiner Studentenzeit hatte ich bisher am meisten oder auf jeden Fall mitgeprägt? Mitgeprägt auf jeden Fall diese sozialen Interaktionen, die man vor allem in den Seminaren hat. Wie ich gerade gesagt habe, muss man viel mit den Dozenten auch reden oder in Gruppen arbeiten, dann mit anderen Leuten reden. Und für mich war das am Anfang halt ein bisschen schwer, weil ich halt so ein bisschen antisozial noch unterwegs war. Und heutzutage ist das schon viel besser geworden. Ich kann schon auf jeden Fall viel besser mit Leuten einfach so reden. Das hat mich auf jeden Fall sehr geprägt. Wenn es um einen bestimmten Zeitpunkt gibt, habe ich, glaube ich, nicht irgendetwas Besonderes, was passiert ist. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, es gibt einen sehr großen Zeitraum in meinem Studium, den ich sehr genieße und der mich halt sehr geprägt. Und zwar sind das die Freistunden zwischen den Kursen. Das ist so ein wunderbarer Vibe. Auf unserem Campus kann man sich da im Sommer vor allem schön auf die Wiese legen, lesen oder einfach nur die Sonne genießen auf seiner Haut. Mit Freunden einfach auf einer Decke picknicken. Auch wenn wir direkt nebenan eine Cafeteria haben. So im Sommer kann man da auf jeden Fall sehr schöne Sachen erleben. Wen kannst du dieses Studium empfehlen? Empfehlen vor allem Leute, die sehr viel diskutieren, vielleicht ein bisschen sturköpfig sind und Meinungen vielleicht nicht so stehen lassen wollen, wie sie wollen. Also ich rede jetzt auf jeden Fall von der Philosophie hier gerade, weil man da lernt, wie man mit Argumenten umgeht und was überhaupt Argumente sind. Was ein gutes Argument ist. Und wenn man auf jeden Fall Bock hat zu diskutieren, dann würde ich auf jeden Fall die Philosophie vorschlagen, da mal vielleicht auch mal so reinzuschnuppern. Weil das ist zum Beispiel NC frei. Da kann wahrscheinlich jeder einfach mal hinkommen gehen und als Gasthörer mal hinhören. Und für das Germanistikstudium auf jeden Fall die Leute, die vielleicht mal als Hobby Texte schreiben, einfach nur so Geschichten schreiben. Da lernt man in der Linguistik oder in der Literatur noch sehr viele Handgriffe und Kniffs, die man benutzen kann, um vielleicht auch seine eigenen Texte zu verbessern, würde ich mal sagen. Ja, das war es an der Stelle schon mit dem kurzen Format. Ich bedanke mich nochmal für deine kurze Zeit und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder und ja, ciao, ciao. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.